Wir fahren jetzt gerade die Küstenstraße von Cairns Richtung Gaintreehof und schon allein die zu fahren lohnt sich. Also hier ist einfach wahnsinnig schön. Berge und Strände mit Felsen und Steinen. Also Wahnsinn, schon allein das zu fahren lohnt sich schon. Sorry, dass wir so dreckige Schäben haben. Wir kommen in Daintree. Also die Luftfeuchtigkeit ist extrem. Hier laufen wir. So ein paar Gebäude gibt es noch, wie man hier sieht. Wir sind jetzt gerade in Daintree. Ramona hat wieder mal Geld gefunden. Wir sind jetzt gerade in den Daintree River Park eingecheckt. Campingplatz. Das hier ist unser Receipt, was ist es noch mal auf deutsch? Rechnung? Rechnung. Rechnung. König. Das habe ich auch nicht gestern standen, aber gut. Verrückt warm. Wir haben jetzt Hunger und es ist wirklich krass mit der Luftfeuchtigkeit, oder? Ja, schnell in den Schatten. Auf jeden Fall gehen wir später danach einmal rein und werden ein Bier trinken in dem urigen Shop oder Bar. Bar. Mitten in den Bar. Mitten in den Bar. Und jetzt fahren wir rüber. Kiste. coulda. Mitten in den Block und die Kurve. Wink mal. Musik Musik